Ich freue mich mega auf den Tag heute. Ich finde es immer spannender die Automatisierung, mein Satz zu sehen. Ich bin gespannt, was ich heute sehen werde und freue mich auf die verschiedenen Lösungen, die hier gezeigt werden. Ich erwarte heute auf jeden Fall einen spannenden Tag, wo wir die Automatisierungsideen und Umsetzungen von Fiege mal live und in Farbe wirklich in Umsetzung sehen. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Fiege und der Automatisierung ist eigentlich immer super und spannend für uns. War eine sehr gut organisierte Veranstaltung, das Thema Automatisierung sehr breit aufgezeigt hat und ich habe speziell für die Voraussetzungen und die Planung von Automatisierung ein paar gute Punkte mitgenommen und auch was die Lösung angeht in den Bereich Verpackung. Es war ein fantastischer Tag. Das Beste, muss ich sagen, war der Austausch über die einzelnen Bereiche mit den unterschiedlichen Branchen und der praxisnahe Bezug. Wir hatten eine gute Mischung aus den konzeptionell theoretischen Ansätzen und wie diese Ideen dann in der Praxis umgesetzt werden. Also ein runder Tag hat mir super gut gefallen.